ja hallo und herzlich willkommen zurück bei amüsiertablette mit eurem hackbart und eurem crunchcar hello hello und gda 4 im multiplayer-modus und zwar machen wir ein rennen round the block über drei runden um uns wieder so ein bisschen einzustimmen auf gta 5 was er bald rauskommt was geht schon los direkt mein gott hast die stadtwagen hatte eigentlich die radiosende ausgemacht aber okay führung macht euch weg oh gott extra viel verkehr für dich eingestellt geil verkehrsruhe ja toll super auf jeden fall habe ich mir so die führung wieder geholt ganz klasse hätten schnellere autos nehmen sein das sind jetzt schon die sportwagen ja irgendwie sportwagen mäßig ja was stimmt denn da bei dir und deinem auto nicht ein bisschen wind schnittiger bei den karrioli fährst oder was guck mal wie das geht boah junge du bist auch gut um die kurve gekommen sind scheiß ich kann dich leider auch nicht erschießen das mit dem wappen einsammeln war ja okay oh nein das ist ein gta rennen ja ja oh nein da und hier muss ich sagen hat mir sehr viel spaß gemacht dein auto noch mal extra zu ram hau dich gleich zeit dass wir gta warum wechselst du die spur ohne zu blinken voll idiot vielleicht mal die fahren wie wir hast wo hast du gesagt wie fahren wie in russland oder ukraine also die fahren alle sehr sehr komisch her und bist du so weit vorne stimmt mit dir nicht weil du mal übergegen fährst du langst der strecke hat einfach einfach mal rüber gezogen ohne zu kacke mein auto raucht oh oh meins aber auch schon immer schlecht nachher kriegen wir wieder diese mopeds ey aber wie ätzend wird das denn wer doch weiß oh runde zwei von drei ja oh 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 Rauch. Die wechseln einfach die Spur, ohne mal Augen aufzumachen hier. Augen auf dem Straßenverkehr. Boah! Ich habe die Ampel getroffen. Also rot ist jetzt nicht mehr. Ne. Oh man, dein Auto sieht auch schon völlig zerschlechtert. Oh, du hast auf offen gestellt Das ist zufällig. Ah, ja gut. Dann können uns auch welche beitreten. Macht euch weg! Oh mein Gott! Oh nein! Ist das nicht dein Ernst? Oh mein Gott! Ja, ich kapiere es nicht, warum die hier immer... Äh! Mach dich fort! Ja, so. Ähm... Danke für nichts. Ich fahre nur noch mit drei Rädern, so nach dem Motto hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, gar nicht, Gunny. Hehehehe. Hat er dich fast. Oh nein! Oh, ja. Brennst du endlich? Ne, also wenn du das sehen wirst in der Aufnahme, dann wirst du dir auch... Oh, ich brenne! Oh, mein Auto hat sich ersetzt. Aber wenn du das sehen wirst in der Aufnahme, das wirst du lustig finden. Hahaha! Darin gibts! Ohhhh! Ey, die fahren auch einfach! Wem sagst du das? Wenn du ein leicht brennendes Auto hast, dann feststellen. Das stimmt, wird ja. Du bist viel zu weit weg. Ich fahre einfach viel zu gut. Haben wir ja, hA, mM, ja. Jetzt musstest du es dir leicht überlegen. Ja, also hee, hae, 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 hae. Die Fahrzeuge sind mir zu langsam, das macht keinen Spaß. Krass wäre es mit Motorrad, dann würdest du nämlich auch ordentlich durch die Gegend fliegen. Ja, ich glaube auch. Oder mit Waffen, damit man sich noch gegenseitig runterballern kann. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Warum soll ich anhalten? Nee, aber wenn die mal Blinker setzen würden, ja? Also ich hab ja nichts mit dem Spurwechselproblem, aber... Mal Blinker setzen? Hm? Wir haben mal eine Maßnahme, Jungs. Das Verkehrshütchen wollte mit. Achso. Nein, nein. Die hauen sich ja selbst gegenseitig aus dem Verkehr raus. Ist geil, wenn sie dann eine Barrikade darstellen, die man eigentlich durchfahren möchte. Alter, KI ist hier nicht der Schlauste, glaub ich. Oh. Hands up! Put your hands up! Ich glaub, ich hab einen alten Ufa umgebracht gerade. Und eine alte Dame. Das hab ich schon ein bisschen Reue, aber... Was? Nein. Du lügst doch. Oh, wenn du abbiegst, ne? Selbst ein Blinker, oder? Nee, der hat geblinkt, aber... Er hätte ein bisschen schneller abbiegen können, hab ich mit Platten. Das hört sich irgendwie ganz komisch gerade hier an. Oh, da ist er ja schon wieder. Das wird dir aber auch nicht mehr helfen. Nee, irgendwie, äh... Ziellinie. Den mach ich mit nem Wheelie. Oh. Ja. Wogegen gefahren. Scheiße. Reisenreck. Da ist er! Geschafft! Boah, was? 500 Knete? Geil, du. Ich bin reich. Immerhin! Mach mal Motorräder oder so, das wär bestimmt auch noch lustig. Wir machen jetzt erstmal Eingabe weiter. Ähm, gehen auf ein GTA-Rennen, oder? Ja. Ja. Zack. Gucken, was passiert. Supercars, Sportwagen, Massecars, Zweitürer, Viertürer, Oberklasse, moderne Autos, Oldtimer, Polizeiwarr? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich glaube, er wollte nicht mitspielen. Oh man, Spielverderber. Doch, er ist da, hinter uns. Oh, gib alles, gib alles! Und Schluss in zwei Runden. Ey, ist das... Warum ist man denn so arschlangsam? Oh nee, ey, das ist doch nicht euer Ernst hier. Nein! Verpiss dich! Komm mal! Oh nein! Hau ab! Nein! Oh nein! Sehr schön! So ein Scheiß! Warte, jetzt habe ich einen Mofa? Mit einem Mofa bist du aber schneller als alle anderen. Verpiss dich, Junge! Konnte man irgendwie die Waffen... Ach nee, man konnte ja... Oh, ich habe einen Platten. Ah, meins! Oh, die sind so schnell! Oh! Oh nein! Nein! Oh! Oh Gott! Was ist mit euch? So! Um mal was dir klarzustellen. Oh mein Gott, jetzt ist was explodiert! Ey, sag mal! Wie trefft dich viel zu einfach auf dem Scheißding! Jetzt sind wir alle auf so'n Kackding! Ne, ich fahr noch Truck! Piss dich! Oh, ich habe keine Munition, ne? Na toll! Jetzt könnt ihr mich mal alle am Arsch lecken! Oh nein, also nächstes Mal andere Autos, das geht ja gar nicht hier! Ich habe hier einen völligen Platten, ich komme hier gar nicht voran! Kann mich nicht mal jemand zerstören oder so? Ja! Hehehe! Kacke! So'n Dreck! Oh nein, jetzt habe ich mein LKW umgeschoben! Oh mein, ey! Nein, mich verfranzt, so ein Kack Also Okay, die Trucks Aber nicht so die Burner-Idee meinst du, ja? Naja, auf keinen Fall Er kommt mir viel zu nah Ja, klärt ihr beide vorne doch mal Ich will andere Waffen Ja, wie waren das denn mit Waffen eigentlich auswählen? Ich weiß das nicht Eins und zwei, ne? Ne Boah Ich hab'n Wheelie gemacht Na, du bist unser Held, ey Nein, hat mich umgeschossen Boah, ist der jetzt weit vorne, ey Hätte ich ihn doch mal eher umgeschrotet Ja, ähm Warum bin ich eigentlich noch der Einzige? Also das ist echt uncool, weil eigentlich sollten dann alle mit Trucks weiterfahren können Dass ihr dann die schnellen Moppets kriegt, das, äh Sehr mysteriös auf jeden Fall Ich halte sie zumindest für nicht so krass schnell, aber Naja, aber hier werden wir Moppet weniger als, äh Definitiv Ich bin noch durchgekommen, aber dann bin ich umgefallen Ja Ich bin viermal gestorben, super Gibt's da noch ne erweiterte Einstellung oder sowas, die man machen kann? Keine Ahnung, müssen wir mal gleich gucken Ich brauche auf jeden Fall einen Augenblick Ich brauche auf jeden Fall einen Augenblick Lass erstmal den Grisou zu Und wir tuckern und tuckern und Rechtsrum Oh, ja, das ist nicht so einfach hier mit dem Chuck Hier kippt Blut am Laternenpfein Ja, das könnte ich gewiss sein Wieso kriege ich gar nichts? Weil du zu oft gestorben bist, eindeutig Ey, Mann, sind die Fakten Okay, wir machen einfach mal weiter Ähm, GTA-Rennen bleibt dabei, aber Ähm, Motorräder, oder? Ja Am besten sowas irgendwie Ja Strecke Nehmen wir mal sowas Das ist ganz witzig, denke ich Und wir starten hier einfach mal voll durch Pickups Pickups, was heißt denn Pickups? Naja, ist ja auch Keine Ahnung Darfst du es vielleicht aufheben, kannst du da sagen? Alter, wie zieht ihr denn hier an? Was ist denn hier los? Die funktioniert, wie kriegt denn hier so einen super Start hier hin? Ja, wahrscheinlich weil ich ein anderes Motorrad ausgewählt habe, oder so Oh nein Echt da an einem Auto hängen geblieben, ne? Das ist wirklich kacke Natürlich kacke Oh Mann ey Hör mal auf, auf und davon ey Da löchert ihn hier gerade vor mir Oh kacke Das ist bestimmt auf dem Moped unterwegs Kann gut möglich sein, ja Das wäre äußerste kacke Das wäre äußerste kacke Ey, das ist ganz schwer sein Moped unter Kontrolle zu kriegen, Mann Mir kommt die Kurvenlage bisher ganz gut vor Gibt es ja auch so einen Powerknopf oder sowas? Naja, du kannst dich vorlehnen Ja, mit der Shift-Taste oder sowas, ne? Ja Was machst du denn? Was machst du denn? Horschlägen, wir sind zu weit gefahren Muss ich jetzt echt mit einem Roller fahren? Naja, doch Naja, doch Jaja, mach mal Hahahaha 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 So, was war das denn für kacke Oh, ich krieg hier gleich einen Geschwindigkeitsrausch Meinst du? Hä? 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 Man muss sich hier schon manchmal echt arg konzentrieren Das man hier nicht gegen das nächste Auto knallt, ey Vielleicht sollten wir einfach ein öffentliches Rennen machen Also, äh, einfach eine Open World Du meinst für ein freies Spiel und dann irgendwas tun? Ja Können wir auch gleich machen, klar So, jetzt komm mal ran auf den Meter hier, Keule Du kriegst mich nicht mehr Ja, mit dem Roller, wie soll ich dich da auch kriegen? Ich bin hier der rasende Roland Und so Wow Oh Oh, wir kriegen gleich Besuch Was sind nämlich Besuch ist da, Besuch ist da, liebe Freunde Herzlich willkommen, Boki Na? Einen wunderschönen guten Tag Nehmt ihr gerade auf? Ja Ja Oh, dann halt ich mal lieber meinen Mund Nein, du darfst gerne mit uns reden Hahaha Was spielt ihr denn gerade, Fanny? Wir liefern uns hier, äh, ein tolles Rennen bei GTA 4 Oh, GTA 4, sehr schön Ja, wir erschießen uns hier gegenseitig, äh, auf dem Roller oder, oh Ich hätte fast gesagt, wenn du zwischendurch den Roller hast Hier stehen ja manchmal auch ein paar Motorräder an der Seite in der Stadt Da wäre ich darauf aufgestiegen Könnte er mal ein Auto anhalten und gucken, ob das funktioniert Stimmt Ey, du, halt an Da hast du mich, glaube ich, beleidigt Hahaha Abgeschossen, so Das hat hey you gesagt Und vor allem warst du sie Ja, jetzt, äh, ist hier mal Schluss mit Lustig, gib mir deine Karre Bleib stehen Hörst du dich verarschen? Steig aus diesem Auto aus Hahaha Kann von meinem Auto nicht aussteigen Hahaha Jetzt weiß ich, was mir fehlt, GTA So Ihr habt euch da nochmal bekommen, fast? Ja Na, er hat mich nochmal eingeholt, ähm Aber ist dann auch stehen geblieben, war sein Pech, weil Da war ich War sein Pech Hahaha Ja, äh, Boki, was sollen wir dazu sagen? Dir fehlt einfach mal GTA 4, genau Ja Ne, ich warte bis 5 rauskommt 4 jetzt extra zu Ende Schwachsinn Macht aber jede Menge Spaß Also er ist gerade ins Auto eingestiegen, ne? Ach naja, dann schieße ich ihn da raus Ich weiß leider nicht, wie ich hier aussteige, war das, ach ne, das war ja F oder sowas, ne? F, F, F Ja, wollte ich gerade sagen Hahaha Wir sehen jetzt gerade Unseren lieben Hackbar zu, wie er Elegant wie eine Elfe Hahaha Er rumgefahren wird Hahaha Ist das euer Ernst, Mann? Steigt aus diesem Auto da aus, ich hab's eilig Oh Mann Jetzt ist er selber rumgefahren, Mann, von einem anderen Hahaha So Jetzt ist er ernst Warum schießt du auf die Waffe? Pfff Hahaha Hast du das mitgekriegt, ja? Ja Ihr seht ja hier, was hier los ist Hahaha Genau, wie er auf alles schießt, was sich bewegt So Haben wir's denn aber gegeben Ähm, Bocki, GTA 5, wirst du dann aber hoffentlich auf PC holen? Also ich wollte es mir eigentlich für die PS4 kaufen, aber Ja Weiß nicht, soll ich es mir lieber für PC holen? Weiß ich nicht, eigentlich wollte ich warten bis PS4 Kriegst du denn die schon für die PS4? Ne, für die PS4 gibt's das noch nicht, das wird jetzt gerade erst überarbeitet Ja Ah, okay, alles klar So Ich würde vorschlagen, das ist dann das Ende Genau Das ist dann das Ende Das Ende von der ersten Folge zumindest Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei GTA 4 mit euren Amüsiertabletten Bis dahin wünsche ich euch was Und ich denke, Seike wünscht euch auch was Na, aber sowas von, äh, haut rein und viel Spaß Wish you a Merry Christmas, bye bye Genau Ciao, ciao Bis dann, ciao Ciao